Ein Eisennugget. Wem? Gehen wir halt. Boah, ich hab schon geahnt, dass es so langwidrig wird. Danke, Claudia. Ich glaube, wir können auch mit dem Trecker fahren, oder? Pass auf. Hat ja fast geklappt. So geht das natürlich, boah. 415 haben wir schon, nice. Boah, das zählt aber nicht. Ach, Mann. Können wir uns nicht einfach ein paar Money kaufen, oder sowas? Ich nehme jetzt einfach mein Geld mit. Guck mal, den können wir nämlich auffahren. Geld. Wobei, warte mal, wir können auch jetzt hier was kaufen, ne? Nee, komm, wir haben nicht genug, ne? 415 und 432. Hier sehe ich nicht, wie viel es kostet. Weil das Wasser drüber steht. Aber wir gucken uns noch mal ein bisschen die Umgebung an. Nehmen wir die Kohle mit. Oh mein Gott, die Brücke ist so breit wie mein Auto. Ah, guck mal an. Hm, 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 hm. Mal sehen, wo uns der Weg hinbringt. Oh, der ist aber schwammig in der Steuerung, ne? Ich bin bestimmt gleich nicht mehr zurück. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Wie viel schönere Autos. Ja, gut. Also es kostet alles ein bisschen mehr Geld, als ich gedacht hab. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Vertikales Förderband. Edelsteirnpoliereinsatz. Alter, was es nicht alles gibt? Hat das jetzt gekostet? Boah. Ein Kaktus. Ein Teppich können wir uns auf unseren Dreckboden legen. Thron, 14.000, wow. Das ist ein Aufbauwahrungsort für deine Barren. Ich würde sagen, wir werden doch beklaut oder so. Das Druckmessgeräteinsatz. Oh, das hatten wir ja auch schon bei uns. Logik fertig, okay. Guck mal, hier ist Schaufel 2. Gibt es dann auch einen besseren Eimer? Nee. Super. Hier ist der Magnet am Stock, den finde ich schon ganz interessant. Ja, Verkaufstable. Guck mal oben, was da oben Neues noch geben soll. Ey, ich muss für solche Teile den ganzen Tag arbeiten gehen, für so eine Palette. Dann kann ich sogar noch länger. Maybe this. Obstenspowerworks, okay. Ach du scheiße. Okay, es gibt auch Strom anscheinend. Ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal alles auf Automation, ne? Damit Kohle mal von alleine rankommt. Ob ich den geparkt da vorne irgendwo, ne? Ja. So, wir müssen wieder zur Brücke. Okay. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Ach guck mal, hier ist das andere. Oh, das andere Baufeld. Wow. Okay. Nicht festfahren. Scheiße. Guck mal, meine Kohle ist noch hinten drauf. Oh nein, ich hab mich jetzt echt festgefahren, ne? Gib doch, Kid, Junge. Ja, 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 ja. Sehr gut. Okay, ich hab mich verfahren. Dieses Schneegebiet müssen wir, ne? Ah, das ist das nächste Abbauffeld. Oh je. Wir haben den Weg merken sollen. Boah, ey. Ja, ja, jetzt sind wir vorbeigekommen. Da ist unsere Rücke. Ops, jetzt war der Baum. So, mein Geld lasse ich da nicht liegen. Also den Bohrer brauchen wir, glaube ich, erstmal noch nicht. Das wäre viel interessanter hier, ne? 95. Ich wach mal eben mein Geld aufs Bett. Erntemaschine. Oh, Dreck kaputt. Scheiß. Boah, da muss ich jetzt da oben reinwerfen? Echt jetzt? Hä? Oh, ich finde, die steht perfekt, oder? Okay, wir brauchen ein Rohr. Wird schon wieder Nacht, ne? Schlafen wir mal kurz. Fast in der Waage. Auf jeden, xai, auf jeden. Über deinen Tag, xai. Guck mal, können wir uns le... Ich hab kein Geld mit. Bist extra aufs Bett gelegt, ne? Das will ich haben. Das muss Geld erstmal hier liegen. Klaut schon keiner. Ich hab noch nie einen gesehen hier gerade. Ah, okay. Problem ist, diesen Rand kann ich hier nicht, ähm, wegmachen, ne? Kann ich aber irgendwie drehen? Ich hab immer das Stück vorne. Okay. Vielleicht